und so weiter kommt zurück zum super mario odyssey mit der letzten folge 2023 land zwölf modell noch und bereiten noch mal weiter als erstes einmal hier rein durch das große bild der letzte mund in polarland einmal zurück ich weiß nicht ob wir heute alles haben wir können ob ich finde die letzten drei münzen da war einmal hoch da gab es hier noch irgendwas hier sieht es nicht so aus ob ich hier noch was ist aber wenn dann fällen wir jetzt mal raus dann geht es weiter und sieht jetzt die mauer die kanzung hier also auf jeden fall nur ein mond hier ja hier also nämlich das war einmal ein foto das wäre dann das folgende foto das war dieses wurde ja drei felder von der vom checkpoint und sechs von dem shop also zum spiel und so habe ich ja irgendwas gehört das ist ja auch hier wenn ich sogar mein mond von mir gefallen alle wir sind was alle 3 aber gibt es nicht auch außerirdische mit der roth territorium ja schon drinnen kann mich jetzt gar nicht erinnern das ist ja auch nicht viel cool job da mit pilner drei münzen ja drinnen waren wir noch nicht okay dass man da noch als nächstes zuletzt gibt es da die drei münzen da ist ja nur hinter dem laden ok was war jetzt hier noch mal ja sehr schön noch kurz warten ein neues gemacht meine chance jetzt ist er munter ok cool zeit nur durchkommen gibt es den zweiten zwei stöcke hintereinander geschafft meins aber jetzt waren kein münchen da hat drei münchen Nice! Nicht herausfallen, Mario! Hopp! Ja, sehr schön! Dann gehen wir kurz zurück, kaufen uns die Souvenirs! Ah, cool! Doch, gefunden! Nein, nicht auf dem Absicht! Ja, ich werde alles kaufen, komm! Ach, wir werden uns etwas verdient! Hm! Hm! Hatten wir schon einen gekauft! Ja! So, jetzt sind es nur noch... 9! Ah, kann man so hoch! Nicht einfach so, ne? Ja! So, jetzt ist es... ... aber nicht einfach so hoch! Ja! So, jetzt ist es... ... aber nicht einfach so hoch! ... aber nicht einfach so hoch! Ah, okay! Ah, okay! Ich muss jetzt nur wieder rein gehen! Okay, war auch gut! Okay, war auch gut! So... Und dann... ... und dann rechts! Ok! W-w-w-w-w-w gar nicht dieses hier dort reibigsen ok ich glaube andere werden mit und komischen polo ja aber da nehmen wir aber schon diesen Mund mit sehr gut heute noch kein Fell gehabt da kommt direkt rein ok was macht denn so geht es weiter runter hier mal irgendwo einmal so jetzt fehlen noch vier da ist auch immer einer ok ist jetzt hier noch einer ach hier die Gumbas noch ne 4 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 15 14 15 Ich will gleich weiterreisen. Ich habe vorne einen Vogel. Okay, langsamer. Ich will euch jetzt etwas mehr. So, jetzt einmal umbringen. Reicht das schon aus? Nein! Als ob das schon so nahe war. Okay, wenn der Pfeil auftaucht, dann einfach schmeißen. Let's go! Jetzt gibt es ein boses Fest. So, noch zwei Stück. Aber ich habe jetzt die... Oh, Moment mal! Einer ist noch hier. Habe ich hier nicht boot? Hä? Ach nee, der erschien dann später noch, ne? Äh, ich habe auch Cooper Creme gemacht, aber da unten schon. Äh, das ist diese fliegende Insel. Okay, jetzt fehlt nur noch eins. Ja genau, nur noch das Foto. Äh, alle. Cool. Das Foto befindet sich in der Wüste. Ich nehme da mal hin. Let's go! Ohne Münzen auch zu geben. Boah. Wir haben es gerockt. Boah. Ah, vorher. Ich bin mir noch zum Mond. Ich bin auch noch vier Stück. Auf jeden Fall Peach. Und ich denke mal noch. Der Minimaxi auch. Aber haben wir schon eigentlich mir. Ja. Fakti. Fakti. Hier oben. Wir beide sind seit dem Wissen ja ganz schön weit her. Und die Kumpel. Auf und das schöne Abbrot. Sterne. Und so hatte ich hier was für dich. Aber kein Stern. Gut. Wie wäre es mit? Ich habe es. Einmal wo es die seltensten Pilze überhaupt gibt. Ah. Bittgenreich. Aber es. Cool. So. Wobei jetzt hier Peach. Trotzdem noch. Äh. Äh. Drei Stück. Äh. Tod kann auf jeden Fall was sagen. Auch nicht dass du jetzt Peach sagst. Okay. Das ist dann Peach. Hm. Ne. Irgendwas anderes. Wieso konnten wir die Fall nicht kaufen? Drei Stück. Ach. Mit den scheiß Hunden, ne? So. Wo? Was kann ja jetzt überall sein? Dumm. Wir können ja damit auch runterlaufen im Mund. mal komm 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 hier vielleicht irgendwo hier waren wir Münzen, wo ist jetzt der scheiß Mond? ja dankeschön mehr ich noch nicht dann gibt es einen noch hier wir wissen natürlich auch was ja doch okay Peach, will ich es tun? kann ich zwei Monate heute noch holen obendrauf ja 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 sonst wäre der ja hier das heißt doch hier drinnen oder hier habe ich leider keine karte in der einen oben in der natur hatte ich unter dieser statu hatte ich da bin ich mal gespannt da bin ich da bin ich der hat heute noch kein fehl mit schlüssel hat hier ja okay da muss ich dir mal kurz suchen und man will an der stimme woran der ist ok ich denke mal ich habe den mond gefunden etwas heute um schon oder eine kugel wie es kommt einmal diese stelle ja hier geht es ziemlich stark und da ist der letzte mond da vorne war schon irgendwo einer gewesen genau da leuchtet er schon und hier noch auch einer geil und so das war schon jetzt haben wir alles sehr schön anderes land vielleicht holen wir mal kurz haben zwei monge in der wüste einmal das foto von wohners land war schwarze nicht noch mal kurz zurück nämlich wir reisen mit pilz und gleich bald der taxifahrer dahin fahren sollte und dann danach fährt er zurück in die wüste das heißt darum wir uns auf jeden fall noch zwei wunde aber das tun wir dann in der nächsten folge im neuen jahr bedanke mich herzlich fürs zuschauen und schau